Das ist die DAX-Handlung für Freitag, den 20. September 2024 und unser DAX macht schon jeden hoch. Er ist nicht schuld, liefert aber trotzdem Stück für Stück immer weiter und immer weiter. Wir hatten gestern auch darüber gesprochen, dass wir nach oberhalb vom Abwärtstrend liegen und der DAX sich im Grunde aus jeglicher Situation einfach wieder nach oben raus drehen kann, um dann eben weitere Stationen abzuklappern. Wir sind jetzt hier schon mal oben an die 19.000 Gramm und haben damit natürlich auch ein neues Allzeithoch gesetzt. Das ist wichtig, auch das zu erwähnen und darüber zu sprechen, denn es signalisiert hier absolute Stärke und Rekordkurse. Es ist der höchste Stand, den der DAX als Ausdruck der deutschen Wirtschaft je erreicht hat. Also das ist der allerhöchste Stand, den wir je gesehen haben und von daher definitiv ein positives Ereignis. Wir haben uns komplett ohne Probleme, trotz diesem Zurückzocker und das war ja auch gestern so ein bisschen der Unterton. Ja, dass es mir so ein bisschen wie scheißegal ist, dass er hier runtergekommen ist, weil er die ganzen letzten Male gemacht hat. Das können wir übrigens auch dann gleich wieder für die Abschlusskerze mitnehmen. Hier für den Donnerstag, ganz ehrlich, kaufe ich ihm so auch nicht ab, weil die ganzen letzten Tage jetzt so oft immer wie dieses nach unten angetäuscht und dann doch wieder nach oben weg gedreht, würde ich jetzt hier auch erstmal noch gar nicht so kritisch sehen. Insofern es ihm gelingt, jetzt hier kann man schon 69 eigentlich nehmen. Am Freitag über die 69 wieder hochzudrücken, vergesst nicht, das ist jetzt der große Verfall. Ja, am Freitag 13 Uhr gerade. Ich habe den Eindruck, es ist Spannung unter den Leuten und die ist noch nicht entladen. Das macht es natürlich dem Markt auch einfach, hier vielleicht mal einen kleinen Squeeze reinzustellen, ähnlich dem, was wir am Mittwoch schon gesehen haben. Ja, also hier am Mittwoch, diese kleine Aktion zum Fett, zur Fett könnte ich mir zum Verfall jetzt auch vorstellen, ähm, weil man braucht bloß bei uns in den Chat gucken. Also so viel Ruhe, wie da ist, steht der Kurszeit einfach short drin. Das ist einfach oft zu sehen, ja, wenn sich die Leute nicht drüber freuen, dass es steigt, sind sie nicht mit Long dabei. Das ist so einfach, so einfach kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und er läuft aber schön nach oben halt, ne, und macht hier immer wieder zack, 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 legt wieder was drauf, erreicht die nächsten Ziele. Hat sich jetzt hier schon in die 1940, 1950 reingewagt. Ähm, das ist, äh, auch wenn wir so oft in unsere letzten Updates gucken, ähm, der Zielbereich für den Donnerstag jetzt hier gewesen, den wir bei uns im Premium dann auch mit drin hatten. Und, äh, dann sollte hier weiter, um am nächsten Tag eben noch in die 120, 150 reinzustoßen. Und ich würde hier einfach jetzt wirklich sagen, wenn der über 9,60 wieder nach oben treibt, dann weiter. Weiter, 19,100, 19,20, 1,50. Und dann müssen wir halt gucken, squeest er oder squeest er nicht? Wenn er squeest, dann gibt er sich damit nicht zufrieden. Dann kommt da auch eine 2,50, 2,20, ja. Also, ähm, das sowas würde ich mit einplanen zum Freitag, dass es dann hier eben noch einen Strecker macht. Und, ähm, dann vielleicht auch den Freitag zu auch hochschließen, ja. Wenn die Leute alle so angespannt und so nervös sind, dass sie nicht mal was sagen, dass sie einfach nur davor sitzen und hoffen und beten und an Zehen knabbern, also an Fingernägeln knabbern, dass das hier bald wieder endet und er nur endlich mal nach unten geht, wegen schwacher Quartal und so weiter und so fort, ah, da mache ich mir langsam wirklich Gedanken, ob man überhaupt noch nach unten gedreht kriegt, weil das Gefühl, so alles so geil auf die Shorts sind und auf die Abwärtsbewegung, dass viele einfach so hoffen. Und das sind nicht die Phasen, wo der Markt dann richtig schön nach unten dreht. Das sind eher die Phasen, wo dann eine Seitwärtsphase kommt, ja. Ähm, oder er einfach weiter steigt. Ja, die Phasen, wenn er schön nach unten dreht, dass, wenn die Resignation der Verkäufer eigentlich eingesetzt hat und alle Leute ihre Shorts schließen, weil sie nicht mehr dran glauben. Das sind immer so die Momente, wo dann der Markt wirklich richtig auch mal wieder richtig schön fällt. Und dafür fehlt mir absolut die Stimmung momentan. Also das ist eher sogar ganz im Gegenteil, gerade der Fall, dass ich eher den Eindruck habe, hier sitzen noch einige ganz schön in Schieflagen auf der Shortsseite und hoffen und bangen, dass das auch wirklich jetzt langsam mal noch ein schwacher September wird. Ja, und so wie es aussieht, tut der Ding gefallen ja nicht machen. Wir gucken uns jetzt mal noch einen Verfall an. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier, wie gesagt, eben noch eins obendrauf gesetzt kriegen. Dann schön zur Seite rauslaufen und dann hätte er eine gute Basis, wenn er das dann gut anstellt, am Montag, Dienstag, schön auch mal wieder in den Rücklauf zu gehen. Das würde zumindest gut reinpassen. Und wir sind auch auf attraktiven Niveaus. Also er kann ja definitiv wegdrehen. Aber ich würde, da hatte jetzt auch letztens jemand angefragt, ich würde hier noch vorsichtig machen, halt hier irgendwie den Big Short zünden zu wollen. Dafür sind halt einfach noch keine Signale drin. Irgendwie sind es ihm noch immer überm Abwärtsrennen. Und wenn er die Linie jetzt noch nach oben aushebelt, dann hat er keine Begrenzung mehr. Dann könnte man hier noch eine steile Linie anziehen. Aber wie soll er die denn noch treffen? Dann müsste er bis 20.000 eskalieren. Und deswegen der gleiche Unterton wie gestern. Solange der nicht nach unten irgendwo anspringt, würde ich hier eher wirklich versuchen, auf der langen Seite noch meine Punkte zu holen halt. Und da im Zweifel einfach noch ein paar Pünktchen mitgehen. Wie gesagt, nächste Station ist so der Bereich um 1,20, 1,50. Wenn er hier drüber kommt. Ja, das ist dann auch noch mal interessante Zonen. Und dann natürlich hier oben 2,50 rum. Ja, das wird dann auch noch mal Ziel. Dann ist auch der Analyse-File von den Seminarteilnehmern aus dem Frankfurt-Seminar abgearbeitet. Dann haben die hier alles durch. Ja, und dann können wir vielleicht mal mit denen noch mal ein Webinar machen und mal gucken und hören. Und mal nachfragen, wie es so gelaufen ist und wie es so aussieht. Der Erste hat sich heute schon gemeldet. Hört sich ein bisschen zu tun. Aufwärtsbewegung. Und ich glaube, wir haben wirklich viele zu tun. Und im Chat hat heute auch jemand geschrieben, wenn der am Freitag jetzt noch nach oben springt, dann ist er auf 0. Das ist... Aber ich erzähle es auch oft genug. Ich will nicht sagen, ich habe es gesagt oder so. Das ist scheiße. Das hilft euch in dem Moment nicht weiter. Aber versucht, wenn ihr solche Piloten seid, versucht doch einfach am Abend die Position glatt zu stellen, die euch nicht im Gewinn vorwärts haben. Gerade wenn ihr mit Hebelprodukten tradet. Wer am Abend nicht mit einer Schieflage in den nächsten Tag reingeht, ist vollkommen offen, auch dafür mal einen Long zu zünden oder sowas. Und so eine Situation, die ja eigentlich auch attraktiv sind, dann eben auch mit zu begleiten und mitzugehen. Ja, und diejenigen, die aber immer nur das Minus aussitzen und die Gewinnposition realisieren und dann denken, sie haben heute einen guten Tag, weil sie mal auch 100 Punkte einkassiert haben. Am nächsten Tag aber 500 Punkte im Minus laufen lassen. Was soll da rauskommen? Also rechnen könnt ihr alle. Das wisst ihr. Das wisst ihr, dass das nicht funktioniert auf Dauer. Und trotzdem machen es die meisten. Sitzen dann da und gucken und dann so, 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 ach nein, ist ja doch jetzt egal, wenn das noch weg ist. Das ist halt nicht Trading halt. Das könnt ihr allen anderen Privatanlegern überlassen. Aber macht das nicht selber. Das bringt euch nichts. Das bringt einfach nichts. Ja, dann probiert eher mit eurem Gewinn zu arbeiten, die noch ein bisschen auszubauen, ein bisschen laufen zu lassen und mit dem Markt zu gehen, mit den Kerzen mitzugehen, mit der Bewegung. Ja, dass man nicht auf den grünen Kerzen die Shorts sucht. Ja, und nicht auf den roten die Longs. Das ist dafür schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Und das versucht anzufangen und dann am Abend auch noch alles glattstellt, was im Minus ist, kommt man gar nicht mehr in die Situation, dass man wochenlang irgendwelche Scheiße aussitzt und dann schlecht gelaunt vom Bildschirm sitzt und in den Tod startet, bis der Markt wieder das macht, was man will. Aber gut, ihr kennt das alle. Ihr wisst das, alle, aber macht's bitte auch einfach. Das ist für euer eigenes Wohlbefinden. Ihr habt da nichts von. Ja, es tut mir bloß manchmal dann in der Seele weh, dass ich dann sehe, was dann Leute hier für Kohle über den Rheinbach schicken. Das ist halt einfach so unnötig halt, ne? Nur weil man seinen eigenen Schweinehund dann nicht überkämpft kriegt. Und dabei ist das gar nicht so schwer. Man muss bloß ein paar Sachen einfach probieren, sich anzutrainieren und dann, ja, ihr kennt das alles gut. Also, oben haben wir besprochen, unten ist vielleicht noch wichtig, was wäre hier die Situation, wenn er tiefer runterkommt. Wir haben jetzt hier eine relativ hohe Unterstützung und Support schon im Bereich von diesem Mittwochshoch, ja, diese 9,20, ähm, 9,20 bis 8,80, das ist eine superschöne Supportzone schon, die ist recht eng dran. Ähm, sowas kann ihm am Freitag, wenn er ein bisschen tiefer reinstatten will, durchaus schon reichen, bevor er sich dann hochdreht, ja? Also, auch wenn er nochmal hoch will, ähm, der müsste jetzt nicht mit Aufwärtsskip kommen. Na klar, klappt's mit Aufwärtsskip noch besser, ja? Er hat die Leute noch eher am Sack und kann noch mehr draufdrücken. Aber er könnte auch ein bisschen tiefer reinstatten, 9,20, 8,80 nochmal aushöhlen und von dort weitersteigen. Wäre alles okay, geht da aber tiefer, kriegen die, die hier, dass sie sich dagegen stellen, ein bisschen Hoffnung zugeschoben, ja? Da kann ich dann schon sagen, wenn er unter der 8,80 zurückfällt, ähm, liegt er nahe, dass er auf die 800 zurückfällt und gegebenenfalls sogar den Gap-Close macht bei 7,35, ja? Und das wären dann so zum, zum, zum Freitag durchaus erreichbare Ziele, dann hier runter sich stellen, die unten stehen bleiben, im Montag wieder hochdrehen, ja? Wäre so die, 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 die eher negativere Route für den Freitag, ähm, aber wie gesagt, so wie die Leute drauf sind, so wie, so wie viele hier offenbar auch Short zu stehen scheinen, ähm, habe ich eher noch obere Ziele im Blick, ja? So, der Markt gibt uns momentan keine anderen Signale, zeigt uns eher durch immer wieder neue Hochs, höhere Hochs und höhere Tiefs, dass er eben weiter will und solange er das noch macht, macht er das. Um es ganz kurz und knackig abzukürzen. Ja, also, von daher, reißt euch zusammen, Leute, und, äh, ich weiß, es ist nicht ganz normal, ich habe es am Anfang auch so gemacht, ja, wie viele von euch, das ist ganz normal, das ist Instinkt einfach, man lässt sich von den Instinkten leiten, aber man kann das nicht abtrainieren, man muss es sich bloß wirklich ein bisschen zusammenreißen, Zähne zusammenbeißen und einfach mal damit anfangen und dann merkt man schon ganz alleine, dass es plötzlich funktioniert oder dass es anders läuft und angenehmer und ruhiger und entspannter und ganzer Stress und dieses, dieses wütend sein und dieses frustriert sein, das fällt dann weg und dann, dann fällt es einem viel leichter in dieses, in diesem Bewegungsmuster zu bleiben, weil es einfach ein angenehmes ist, man belohnt sich ja selber damit dann halt, ne, nicht mehr jeden Tag irgendwelche Scheiße aussitzt, ähm, nur weil man hier den, den perfekten Big Short haben wollte, in die Aufwärtsbewegung rein oder andersrum dann eben den perfekten Long, während der die ganze Zeit fällt, das ist, macht man nicht, das können wir allen anderen überlassen, Freunde, ich mache aus, wünsche euch was, gutes Gelegen, Kopf hoch, aber vernünftig bleiben, ja, nicht denken hier, Kopf hoch und, äh, Hoffnung und sowas, ja, gehört schon ein bisschen Eigenverantwortung und Disziplin, ein bisschen sich zusammenreißen, das muss ein jeder auch dann eben entsprechend mitbringen, ne, in Verlustpositionen richtig umzugehen, ist schwer, aber ohne das geht's nicht, das muss man lernen, das muss man einfach lernen, ne, entweder hart auf die Schnauze dreimal oder man reißt sich einfach mal zusammen und probiert da, äh, von Schlag heute was dran zu ändern, kriegt da hin, bleibt dran, bis morgen, tschüss.